relax to the max entspanne dich maximal mit der neuesten generation der rx stühle die gezielt für dauerhaften komfort und stil entwickelt wurden und gleichzeitig leicht sind damit sie für angler keine große gewichtsbelastung darstellen es gibt fünf modelle im sortiment die alle mit einem maßgeschneiderten tarnmuster versehen sind so dass du nicht nur bequem am ufer sitzt sondern auch stylisch der rx recliner chair ist ein speziell entwickelter angelstuhl mit weicher polsterung und einer verstellbaren rückenlehne dieser super bequeme stuhl ist schnell und einfach in der handhabung einfach aufklappen und entspannen um deine entspannung auf das nächste level zu bringen hebe die armlehnen an und lehne dich einfach zurück dein rx recliner verfügt über vier verstellbare beine mit großen schlammfüßen für eine perfekte nivellierung auf unebenem boden außerdem kann der kleiner chair einer maximalen belastung von bis zu 130 kilo standhalten und wiegt etwa nur 5,3 kilo bei einer sitzhöhe zwischen 35 und 45 eingestellten zentimetern wie der name schon sagt handelt es sich bei dem rx recliner toll um eine höhere version des standard rx recliners obwohl er alle funktionen des standard modells aufweist kann die sitzhöhe zwischen 48 und 58 cm eingestellt werden sein gewicht erhöht sich dabei nur auf 5,8 kilo der unglaublich leichte und kompakte rx nano chair ist ein äußerst vielseitiger angelstuhl mit verstellbaren vorderbeinen und schlammfüßen der nano chair fühlt sich sowohl an flachen als auch abfallenden ufern wohl und kann auch als bed chair stuhl genutzt werden dank eines starken und dennoch leichten aluminium rahmens kann der nano chair ein gewicht von bis zu 130 kilo tragen während er selbst nur winzige 2,7 kilo wiegt der rx bed seat ist so konzipiert dass er auf eine liege passt und den rücken stützt um die rückenschmerzen zu reduzieren die entstehen wenn man längere zeit ohne unterstützung auf der liege sitzt schnell und einfach zu bedienen klappe den bed seat einfach auf und lege ihn auf deine liege platziere den stuhl dabei so dass er auf beiden rahmen der liege aufliegt dadurch wird die lebensdauer der liegen matratze verlängert mit einem gewicht von nur 2,6 kilo einem schlanken und leichten design lässt sich der rx bed seat mit der liege zusammenklappen wodurch er in den meisten liegensystemen einfach zu verstauen ist der stabile rahmen trägt gewichte von bis zu 130 kilo der rx scout chair eignet sich perfekt für mobile angler oder als gästestuhl und ist für einen so kompakten und leichten stuhl unglaublich bequem im zusammengepackten zustand ist der scout klein genug um einfach an einem rucksack befestigt werden zu können so hast du zum stalken zum beispiel die hände frei er lässt sich schnell ausklappen und ist in sekunden als sitzeinsatz bereit der scout chair wiegt nur 2,9 kilo und kann ebenfalls bis zu 130 kilo belastung aushalten wenn du auf der suche nach komfort am wasser bist ohne der ausrüstung unnötig viel gewicht hinzuzufügen dann solltest du die auswahl an unseren rx chairs nicht außer acht lassen entweder online oder bei deinem bevorzugten tracker fach händler